Hallo zusammen, ich bin Amor Janik, ich fahre Motocross, Freiburgermeisterschaft. Hallo zusammen, ich bin Robin Schwarze, ich fahre 600 im Supersport. Ciao zusammen, ich bin Amir Remi, ich fahre diese Saison 125er in der Nationale Deutsche Meisterschaft. Hallo zusammen, ich bin Romanor Penkeli, ich fahre Schweizer Meisterschaft Juniore 125. Ich bin Sandro Stoub, ich bin 19, momentan trainiere ich Motorcross, Supermotor, Enduro. Marcel Wohngart, ich fahre Supermotor, ich habe zwei Prestige. Schweizer Nachwuchsfahrer auf dem Weg nach oben. Sie sind jung, ehrgeizig und haben ein Ziel, eine internationale Karriere im Motorsport. Martin Bixl von FSB Racing hat sich zum Ziel gesetzt, diese Jungsportler intensiv zu unterstützen. Zusammenarbeit mit dem Bixl ist sicher das Wichtigste, dass wir seit Ende 2007 zusammen arbeiten. Und ich glaube, wo ich niemals so bekam. Konditionell und mental sowieso nicht. Martin Bixl, der 38-Jährige aus Neueneck, hat selber Motorsport betrieben und kennt die hohen Anforderungen der heutigen Sportler nur zu gut. Doch wie ist das Konzept von FSB Racing entstanden? Ich bin 2008 mit Damien und mit so einem anderen IDM-Fahrer am Sachsenring, am MotoGP. Und habe dort ganz viel zusammen diskutiert. Und da habe ich festgestellt, dass die Motorradrennfahrer sehr, sehr viel machen für ihren Sport. Also wirklich überdurchschnittlich viel, gegenüber all meinen Sportarten. Die brauchen wahnsinnig viel Geld für ihre Dörfer. Die haben wahnsinnig viel Zeit, die sie investieren, Anreise, alles findet im Ausland statt. Die legen sehr viel Wert auf Details, müssen sie auch bei ihnen dürfen, dass sie überhaupt mitfahren können. Aber machen praktisch nichts für sich selber. Nur noch ganz wenige trainieren wirklich für sich selber. Sei das physisch, also Konditionstraining, Austuurtraining oder auch psychisch, Mentaltraining. Das ist einfach nur die absolut Beste. Aus diesem Grunde entschied sich der Selfmade Man hier etwas zu ändern. Mit gezielten Trainingsplänen werden die Athleten in Topform gebracht. Wir müssen hier irgendwie Zeitdachs machen. Was ist das hier jetzt Ziel? Was ist jetzt im Bereich Kondition noch bis dahin? Was haben wir noch geplant bis dahin? Sicher noch drei bis vier Mal eine Jolle. Ja. Und Magen aus Dauern. Genau, ja. Mittels ständiger Erfolgskontrolle wissen die Fahrer permanent, wo sie stehen. Die Pläne erstellt Martin Bixl individuell für jeden Fahrer und werden ständig angepasst und verfeinert. Die Kraftübung hast du letztes Mal noch gesagt, dass es ein wenig vernachlässig ist. Da machen wir es dann auch auf unsere Ecke, aber es kommen wir dann erst mal. Also grundsätzlich habe ich einmal eine Planung gemacht, eine Trainingsplanung, die man immer von dem Wettkampf aus zurückrechnen kann. Und das sind eigentlich verschiedene, es sind drei Phasen, die auch stattfinden. Das ist mir vor allem die Grundlagenausdauer, die wichtigste ist, wo man sehr lange dran arbeiten muss. Und drei bis vier Wochen vor dem Wettkampf wechseln wir dann in eine Intensivphase, wo ich ihnen Möglichkeiten gebe, wie sie diese Intensivphase trainieren können. Ich gebe ihnen einen Trainingsplan, ein Beispiel Trainingsplan an. Und dann ganz kurz vor dem Rennen, also anderthalb bis zwei Wochen vor dem Wettkampf, gehen wir in eine spezifische Phase, wo ich auch wieder Übungen abgeben, Trainingsprogramme abgeben, die sie machen sollen. Und das sind immer die genau gleichen drei Phasen, die wir jetzt seit 2008 immer wieder durchspielen. Ich mache ihnen eine Jahresplanung. Auf dieser Jahresplanung sehen sie, wann sind wir in welcher Trainingsphase. Wer in die Fussstapfen von Tom Lüthi und Co. einsteigen will, muss neben dem fahrerischen Können absolut fit sein. Wir reden immer darüber, dass der Töffrennensportler eigentlich nicht so sportlich sein muss. Er hochte auf dem Töff und gibt Gas und hat den Motor auch für ihn die Leistung gemacht. Weil ich selber früher hobbymässig bei Töffrennen gefahren habe, habe ich relativ schnell zu checken, dass es nicht so ist. Ich wollte das aber beweisen. Dann habe ich dem Damien auch mal Pulsauswertung gemacht während dem Töff fahren, im Training auf dem Sachsenring. Und dann haben wir Werte auslesen können. Also wir haben das aufzeichnet während dem Fahren. Und dann haben wir Werte auslesen können, die wirklich massiv sind. Damien hatte maximal einen Puls von 220 Kläge pro Minute auf dieser Strecke. Und er war im Durchschnitt auf 180 bis 190, also über dem optimalen Grundlagebereich. Und dann ist dann eigentlich klar daraus entstanden, dass das Ziel muss sein, dass er eine bessere Ausdauer hat, dass der Maximalpause oben runterkommt und dass er möglichst so viel wie möglich so lange Zeit wie möglich in seinem optimalen Leistungspause sein kann. Also in seinem Grundlagenpause kann sein. Deshalb ist ein präziser Trainingsplan für jeden sehr wichtig. Martin Bixl geht noch einen Schritt weiter und trainiert auch den Umgang mit den Medien. Die Pressenarbeit ist für den Dörfernfahrer auch sehr wichtig und da probiere ich es auch zu unterstützen. Ich probiere ein wenig Input zu geben, was ist wichtig vor der Presse, was muss man erzählen, was interessiert die Leute. Ich gebe auch noch Tipps, wie kommt man die Presse hin. Der Manuel zum Beispiel, der jetzt einen Vater von der Schweizer Meisterschaft gefahren hat, hat einen ganz schönen Pressetermin bekommen, weil ich ihm gesagt habe, wie man das machen kann. Neben körperlicher Fitness hat die geistige Fitness noch fast einen höheren Stellenwert. Das ist eine Optik, die ich in den Raum stelle, die ich natürlich nie belegen kann. Aber für mich ist das Mental 60% beim Wettkämpfer. Die anderen 40%, das ist dann Material, das ist Kondition, das ist Glück, das ist weiss ich was, 60% findet im Kopf statt. Und da probiere ich Ihnen schon ganz, ganz viel mitzugeben. Bei dem Damien auch sehr ausgeprägt. Mit dem Damien mache ich regelmässiges Mentaltraining, wo man Formate anschaut, also ein Thema anschaut, ein Problem, als Beispiel eine Blockade, und dann kann ich das mit ihm trainieren, dass ich die Blockade verwenden kann. Für die Fahrer ist das ganze Training bei FSB kostenlos. Zwar unterstützen ein paar Sponsoren diese Aktivitäten, doch Martin Bixl macht die Arbeit vor allem aus Freude und Überzeugung. Es ist Hobby, es ist absolut Hobby für mich. Und das macht mir eine riesige Freude, ich bin seit Mengen, Mengen Jahren in Nachwuchsbetreuung tätig. Ich habe ganz Mengen I&S-Kurs gemacht, I&S-Liter-Kurs gemacht, ich bin lange im Skifahren gewesen. Und als ich aufgehört mit dem Skifahren, habe ich sehr schnell gemerkt, dass mir das fehlt. Und jetzt habe ich das wieder ganz auf einer anderen Plattform, und es ist wirklich Hobby. Aber es ist mir wichtig, dass ich das Hobby, das ich hier mache, das richtig mache. Und darum probiere ich schon, diese Dinge sehr professionell anzugehen und sehr professionell umzusetzen. Martin Bixl ist ein Perfektionist. Sein Trainingskonzept hat sogar Swiss Olympic mit der Kampagne Cool & Clean überzeugt. Cool & Clean unterstützt heute FSB Racing. Swiss Olympic und Motorsport – ein Novum in der Schweiz. In der Schweiz gibt es eine Vielzahl von Talenten im Motorsport. Doch diese haben hierzulande wenig Unterstützung. Martin Bixl betreibt hier echte Pionierarbeit.